Moin Moin, Online Marketing Rockstars. Wir sind hier im Docks auf der Reeperbahn in Hamburg draußen um 25 Grad und Nieselregen natürlich. Hier ist ein legendärer Musikclub, den wir am 11. Juni übernehmen werden für einen Tag und da unsere nächste Konferenz zu machen. New Platform Advertising. Wir sprechen hier in diesem abgefahrenen Club über Marketing auf neuen Plattformen, also Instagram, Whatsapp, auch Twitter, vielleicht sogar auf Facebook, aber auch Vine oder was da alles so gerade an neuen Plattformen kommt. Wir haben eine ganz coole Agenda, es kommen ein paar richtig coole Amerikaner rüber, die uns das erzählen. Wir haben deutsche Leute da, die richtig smart sind. Wir haben, ich bin sicher, Top-Content und sehr viele Wettbewerbsvorteile für Leute, die Bock haben im Marketing, einen Schritt schneller zu sein auf der nächsten Plattform. Unter dieser Disco-Kugel könntet ihr sitzen in wenigen Tagen. Von dieser Bühne könntet ihr lernen in wenigen Tagen. Hier könntet ihr Spaß haben. Da und dort könnten euch Biere oder sagen wir mal Helbing oder auch vielleicht eher Wasser gereicht werden. Und da draußen ist der Club schon zu Ende. Da ist die Reeperbahn. Da kann man dann hinterher alles vorbei ist, auch noch Spaß haben, angeblich. Ich mache sowas ja schon seit Jahren nicht mehr. Kommt hierher, 11. Juni. Alles, was man über Marketing auf neuen Plattformen wissen muss. In Zusammenarbeit, in Partnerschaften mit unseren Freunden bei Facelift. Tickets gibt es noch? Ein paar? Ja, ich glaube, das könnte ganz gut werden, wenn ihr dabei seid. Also, bis bald. . . . Vielen Dank.